ich will selber aufgerechtes werden ich glaube du bist mehr aufgerecht oder welchen tag haben wir heute 23.12 2019 das ist 14 uhr noch was sieht man nicht und tino was ist heute so besonders an dem montag heute ist ein schöner montag weil die schönsten montage eigentlich nur blau also montags aber heute ist ein schöner motorrad montag jetzt hast du ja schon alles verraten sinnlos kannst du es nicht schneiden das ist unreparabel heute ist der m&m tag motorrad monday also holen wir heute ein neues motorrad willst du noch mal einsagen wie lange du nicht auf dem motorrad saßt seit dem ersten juni 2019 gut das sind ja fast sechs monate was heute auf dem motorrad wird er sitzen ja mal anbümmeln wer ist und was sitzen wir aus amigwalt werden frisch aus der kiste sonst kommt nur kein aus der kiste aber heute kommt das motorrad aus der kiste und von wem holen wir das heute von r und r motorrad technik rechten bach aus jena von unserer kumpel ricardo erst mal gut kick auf ricardo und dann kommt das bierkaltestell da knallkopf nein sonst fahren wir gleich wieder einmal der bischen als den kann keiner drinnen bestellen ok fahren wir nach oben und dann kracht mich halt komplett zu fahrt ihr heben oder bett ihr auch rum gut alles klar bist du fast da Wehe, der hat kein Bier gehalten gestellt. Riech am Appel. Siehst du schon was? Ja. Ich sehe nichts. Es sind ja noch Autos. Da sind wir auch hier richtig. Ich meine, der Feuerbohr auf dem Parkplatz drauf hoch in die Gache. So wie ich es sein muss. Ja, ich habe nicht so kaputt bestellt. Preis-Minderung. Wir nehmen gleich noch so Transporter-Wenden. Der hängt nicht. Wohl machen wir an den Klebe. Vielleicht krass. Das ist auch ein schöner Großer. Hauptsache der hat Satellitenschüssel fürs Fernsehen. Das ist unser Kollege hier vom Herr Erzberg. Angekommen. Hallo. 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 Schön, dass du heute wieder Gespräche bist. Findest du das eigentlich cool jetzt? Voll cool. Das ist übrigens der richtige, Ricardo. Ich habe dich vorhin verwechselt mit den Männerkicken da hinten. Bist du auch krank wie dein Vater? Nein. Nein. Wir haben übrigens schon Werbung gemacht. Entschuldigung. Für euch. Ja, das funktioniert doch. Ja. So, Dino. Das ist es auf jeden Fall nicht, gell? Das hättest du gerne. Deswegen haben wir hier so einen kleinen Dacia gekauft. Ne, was ist das? Da hat zu. Ihr macht das nicht kaputt. Wir müssen das wieder hier lassen. Das hat jetzt geht zu mir, oder? Richtig. Ja. Dann hast du wieder einen Tank gehabt. Was ist das jetzt hier? Nein. Nein. Das ist ja schon mal. Das ist ja nur 50kg. Bisschen hat er abgenommen. Ja, wir haben hier so einen kleinen Dacia und ich bin. Da ist doch so kaputt. Und wir lassen sich die Papa an. Ja. Ja. Können Sie das ausfüllen von mir anstellen, oder? Ja. 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 Mach's nicht kaputt. Das ist noch gar nicht kaputt. Das ist gliss, gell? Ich glaube das geht. Was ist denn das für ein Luftfilter? Ja. Obluftfilter. Für den Film. Das ist ja Handgastbass. Das ist für Behinderungsleute. Wie dich. Da kommt noch ziemlich viel Luft drauf. Das wird der Erzbeige gemacht. Schön Decke zerbrochen. Schön. Bis jetzt ist es glücklich. Ist es jetzt sein Weihnachtsgeschenk? Ja. Ich möchte, dass er mich die nächste 24 Stunden nicht anspricht. Anschreibt. Anruft. Sonst sagen was. Ich heiße mich ins Bett legen. Und kuscheln. Witzig, glatze, witzig, glatze Schnee machen. Ich freue mich für dich. Ich bin auch. Ich werde mich aber freuen, wenn du nicht wieder ins Krankenhaus kommst. Ich bin auch. Klebt das wieder dran. Garantie. Naja. Was ist das jetzt so? 125er. Schön und toll ist das. Ne. 300er. Fokussier du. So. So. Guck mal Blöder für ein Fünfer. Fünfer. Ich soll ich gucken. Rinsen. Warte. Ah, Blöder steht da hinten. Ja. 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 Alle gucken. Riccardo. Und. Geil. Ein paar Kabel dünner, ne? Ja. Ja. Willst du es jetzt einladen? Jetzt laden wir es. Oder lassen wir es doch hier? Wer hat Bier getrunken, können wir wieder gehen. Die Grüße gesetzt. Sechst. Sechst. Herr Mercedes-Benz, kriegst du eine Bulle Sekt? Dann hörst du nicht weiter. Du willst schnell, ne Bulle. Furcht und fort, zwar die Tür auf. Dann musst du die Fahne reinbringen. Äh. Gehts? Ja. So. Nicht, dass der Vater meckert. Wir haben nie was gemacht. Kannst du losfahren? Das Ding ist fünf Meter hoch. Dann musst du ja super kürzer machen. Du hast doch die hohe Variante bestellt. Absatzschuhe. Absatz. Der Schwerbmotor hat bestellt. Große. Er legt mir den Arsch. Ui. Alarm. Alarm. Wer ruft an? Felix Minkmann. Ganz schlecht gerade Felix. Nur mit dem Kopf und Höhle bestellt. Nicht mit dem Kopf und Beine. Schieb es rein. Ich hätte zu sagen, wir sind Kino. Ui. Ja, geh gerade zusammen. Ja, geh gerade zusammen. Weiter. Gleich der Auspuff. Der Auspuff. Ich sehe schon, der Auspuff kommt jetzt voll da dran. Höhle. Warte. Höhle. 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 Das ist mir damals bei der Armung passiert. Reingeschoben, gern ausgezerkratzt. Höhle. 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 Arsch mir vorne. Höhle. 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 Lass es gleich die Treppen mal runter fallen, schon benutzt. Warni, fass mal vorne mit an. Und auf! Weg auf! Schuhe aus! Schuhe aus! Das wär's durch! Schuhe aus! Schuhe aus! Scheiße! Da heben wir uns mit vorne hoch. Schau mal! Schau mal rumheben! Ach, sag ja gehen! Ist ja nicht dreckig! Chefin, wink mal! Danke! Auch hier! Warni, kannst dich gar nicht legen! Ja, dein Schlafplatz, Warni! Ei, 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 ei! Zack, den Schrank hingeblieben! Halt mich noch länger fest! Ja! Rück, 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 rück! Absetzen! Halt auch! Das Gerät müssen wir davor beim Bild! Der hört auf! Schön, oder? Wir lassen nachher hier wickeln! Hier wird nachher noch gewickelt! Und Silke kriegt einen neuen Boden! Das ist doch 1a! Das reicht doch! Ach so, den Garten! Ja, du hast doch hier noch jeden Meter gehabt, Junge! Mach doch mal das ja Arbeit! Und du stinkst! Hier ist mein Platz! Hier fühl ich mich wohl und sicher! Auch wenn es doch so ist! Und du stinkst! Hier schon! Hey! Seppi gefahren! Oh! Die Bullewein ist umgefallen! Seppi! 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 Seppi, mein Freund! Seppi, mein Freund! Warum müssen die noch das Licht nachleitet? Die Tür öffnen! Nee! Oh! Das ist auch nicht öffnen! So, brav! Das ist das Outro! Allesdor 94 fährt mich jetzt! Bei Garalf, du geile Schlange! Keiner kann so oft und so lange! Wie du! Wie du! Keiner kann so tief! Und intensiv! Jetzt wirst du angerufen! Ah, das ist immer scheiße! Frei! Du musst dich auch mal anschneiden! Es piept dir! Warte mal! Du bist komplett überfordert! Soll ich es nochmal nehmen? Ja! Oh! Viel Wahnsinn! Ey, scheiß angeschnallt! Der hängt nur auf dem Sack hier! So, den Freifelder haben wir jetzt! Ein neues Motorrad! Ein neues Motorrad! Ein neues Motorrad! Das ist präsentiert, oder ist das? Ja! Ich muss, dass wir Scheiben fischen und alles haben! Ja! Freifelder haben wir einen neues Motorrad! Jetzt fahren wir zur großen 50er Party! 2050! 2050! Hello! Hello! Und... Na ja! Wir wünschen euch! Schöne Weihnachten! Allen! Ein fleißchen Weihnachtsmann! Wenn ihr artig wart! Ja, nur wenn ihr artig wart! Ja, nur wenn ihr artig wart! Ja, nur wenn ihr artig wart! Du wirst nicht! 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 Ach so! Und... Ein Hutenrutsch ins neue Jahr! Genau! Wir sehen uns im neuen Jahr! Mit einem Good Kick! Besser als jeden zuvor! Oder wie du siehst... Umso öller, umso doller! Genau! Umso besser, umso schlechter! Und dann sehen wir uns wieder! Danke! Das ist so richtig... Das musst du jetzt drücken!